Hallo zusammen, wir sind live aus dem Traum. Wie ihr es von der ersten Mannschaft und Senioren kennt, führen wir ein Videotagebuch, das an dir zuhause über das Geschehen hier im Lager informiert sein. Meine Interviewpartners sind heute Svenja, Michi, die ein erfahrener Junior-Laggänger ist, sowie Michael, die auch schon mehrmals hier war. Svenja, du bist für das erste Modul. Was hältst du von der Unterkunft? Es ist mega gross, wenn du zu fahren und du siehst schon, wenn du in die Zimmer kommst. Es sind mega grosse Zimmer, du hast mega viel Platz und der Fussballplatz ist in der Nähe. Ihr ist der Fussballplatz in der Nähe, hast du gesagt. Fussballplatz, gute Qualität? Ja, und du bist mega gut zu schützen. Sehr gut. Michi, wie war die Anreise? Es war wie immer sehr gut, nur wir sind ein bisschen im Stolz stecken geblieben, sie sind aber trotzdem rechtzeitig wach. Also aufs Mittagessen hat es noch gelangt? Ja. Sehr gut. Michi, heute angereist und schon das erste Training hatte am Nachmittag. Wie war es? Richtig gut, ja. Und ja, es war gut. Was habt ihr gemacht, wo sind die Schwerpunkte gelegen? Ja, beim Ball annehmen und mitnehmen. Und wie sind die Trainer gewesen? Richtig gut, mit dem Team. Ja. Also nur der Team? Ja, und Roman und Mai, ja. Und sie haben es auch gut gemacht? Ja. Sehr gut. Wir sind heute vom Non-Wetter überrascht worden, aber wie der FC Herkinge gekönnt, haben wir das Training gleich fertig gemacht und durchgezogen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als um meinen Interviewpartner zu bedanken und euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Man sieht sich.